Dieser Film behandelt einfache Schaltungen aus Widerständen, Kondensatoren und Spulen. Werfen wir dazu erst einmal einen Blick auf ein Radio mit externem Lautsprecher. Das Radio ist, elektrisch gesehen, nichts anderes als eine Wechselspannungsquelle mit vielen einander überlagernden Frequenzen. Zwischen Radio und Lautsprecher schalten wir nun einen Kondensator mit großer Kapazität. Der aktuellen deutschen Lehrpläne.